Hallo, grüßt euch zu diesem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute schauen wir uns mal an das große Update für die Bosch Flow App und Bosch Smart System Universum, was uns von Bosch zur Eurobike 24 spendiert wurde. Eine Funktion, muss ich sagen, feiere ich ein ganz klein bisschen das Thema anpassen von den Kacheln für das Purion 200 und viel mehr war es einfach nicht. Deswegen sage ich großes Update zur Eurobike. Es ist eher so ein ganz normales Update, was oftmals auch unter dem Jahr hätte kommen können. Da wäre es dann wirklich auch ganz cool gewesen. Schauen wir doch aber mal rein in die Versionen, was alles Neues kam und wo wir aktuell stehen. Das neue Update hat die Version 1.2.7. Wenn wir reingucken, im Verlauf der Update war die 1.21.3. Also wir sind quasi einen Zähler höher gerutscht. Das ist ein Indiz, dass ein klein bisschen mehr passiert ist. Aber schauen wir doch mal rein in die ganze Geschichte. Wenn wir uns die Infos zum Update anschauen, ach noch eines. Wenn ihr Android-Nutzer seid, könnt ihr es sein, dass das Update nach und nach ausgerollt wird. Das heißt, je nachdem, ob ihr das heute, morgen, übermorgen abrufen könnt, müsst ihr warten. Es kann dann auch ein, zwei Tage sich verzögern. Es ist einfach so, bei vielen Android-Usern wird dieses Update erst nach und nach ausgerollt. So, in der Version 1.22.7 haben wir drin einmal die neue Funktion Range Control. Schauen wir uns dich am Fahrrad auch mal an zum Thema Navigation und wie kann ich meine Strecken planen und wie kann ich auch meinen Rest Akkustand so planen, dass ich noch, wenn ich ankomme, so viel Akku übrig habe. Ein spannendes Thema. Haben wir so ein bisschen aus der Automobilwelt übernommen von Tesla und Co. Da kann ich ja auch angeben, mit welchem Akkustand ich an meiner Ladesäule ankommen möchte. Warum auch nicht? Natürlich, klar, wird es dann auf Kosten der Biopower gehen. Das heißt, Fahrrad wird sich dann zurücknehmen von der Leistung und ich werde mehr Biopower in das ganze System auch mit einbringen müssen. Range Control kann man alles durchlesen, aber kurz zusammengefasst. Man kann es halt da eingeben. Den Restkilometerstand schauen wir uns am Rad auch gleich an. Aber auch wichtig, ihr braucht für euer Fahrrad Daten, damit der mal berechnen kann nach eurem Fahrprofil, wie ihr tickt beim Fahrradfahren. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Das heißt, wenn ihr ein Fahrrad neu holt beim Händler und es quasi sagt auf der Box, wenn ihr diese Funktion nutzen, werdet ihr quasi wahrscheinlich eine Bauchlandung erleben, weil die KI, ein hohes Wort für eine kleine Geschichte, die Intelligenz wird wahrscheinlich keine Grunddaten haben von eurem Fahrprofil, also wie fahrt ihr Fahrgewicht und und, dass er quasi hochrechnen kann, wie sowas abläuft und wahrscheinlich wird es dann am Anfang schief gehen. Das heißt, eine gewisse Grunddatenstamm muss da sein, dass diese Funktion auch funktioniert. Also sprich, die ersten paar hundert Kilometer Fahrten müsst ihr halt auch dann mit der Flow-App einfach aufzeichnen, damit diese Funktion, diese Intelligenz auch wirklich gescheit funktioniert. Viel beschrieben. Also wichtig, klar, im Auto-Modus kann es nicht funktionieren, auch völlig klar, weil einfach diese Logik nicht mehr funktionieren kann und genauso auch beim S-Pedelec wird es auch nicht funktionieren. Aber gut, damit können wir jetzt ja mal alle leben und alles ganz schick und es passt auch soweit. Noch ein Einstreuer, ganz wichtig, der neue Eco-Plus-Modus, also ich nenne aktuell liebevoll den E-Bike, den Bio-Bike-Modus fürs E-Bike, müssen wir mal ganz klar sagen, geht nur, wenn ihr zum Händler geht und euch auch auf dem Bike aktivieren lässt, je nachdem, was ihr für ein Fahrrad habt. Es gibt ein paar Räder, wo schon aktiviert ist. Bei den meisten Rädern, wie ich es aktuell feststellen durfte, müsst ihr zum Händler fahren und uns einmal am Diagnoserechner diesen Eco-Plus quasi freischalten lassen. Das Thema hat er schon beim Auto-Modus genau das gleiche oder geht einfach zum nächsten Service und dann wird wahrscheinlich das Update euch eh diesen neuen Modus auch bescheren. Also Feature Nummer 1 im Update drin ist quasi der Range-Modus, wo ja auch die Firma Bosch auf der Eurobike den Eurobike Award dafür gewonnen hat. Ob das so ein großer Bringer ist, um einen Award zu kriegen dafür? Naja gut, mein persönliches Ding. Die zweite Funktion, wo ich euch wichtiger finde, bei Empurion 200 kann man jetzt endlich die Kacheln anpassen, kann endlich den Inhalt drauflegen, den man auch auf dem Display drauf haben möchte. Das ist für mich so der Game-Changer im Update, wo man wirklich sagen kann, als Fahrer von einem Purion 200 Display macht das Sinn, weil da will ich ja auch mal meine Displayanteile konfigurieren und vor allem ja auch für die, die alle in Purion fahren, haben ja auch oftmals ein Hintergedanken, so geht es mir zumindest, das ist so ein Display fürs Alltagsfahren und oder auch sportlichere Fahren, wo ich einen aufgeräumten Lenker haben möchte. Im Alltagsfahren brauche ich eigentlich nur Grunddaten, Akkustand, Uhrzeit, vielleicht noch die Geschwindigkeit, ja und das war's dann. Mit Sportlich fahren kann ich mir dann auch meine Daten dahin legen, was ich haben möchte, auch noch Trittfrequenz, Kadenz, was gebe ich an Wattleistung zu und da kann man sich sein Display konfigurieren, so was man einfach auch sehen möchte. Kenner man ja alle schon vom Kiox Display, da war es genau das Gleiche, hat auch genau gleich funktioniert. Soweit ist auch da gleich geworden, für mich mehr als überfällig diese Funktion, also schon seit eigentlich Monaten, aber es wurde jetzt im großen Update auch hier mit ausgerollt. Wir haben noch zwei neue Punkte zu bekommen, Statistiken und Anzeige im Fahrmenü, einmal die CO2-Einsparung versus Auto. Coole Funktion eigentlich. Hat die irgendwas mit dem Eco Plus zu tun? Ich könnte mir vorstellen, dass man da seine Zahlen auch schöner darstellen möchte. Ich weiß es nicht. Also kann man es auch noch seine CO2-Einsparung sich auch anzeigen lassen, wie auch für alle, die ein E-Bike ABS fahren, können es auch noch anzeigen lassen, ihre Statistiken, wie oft das ABS gegriffen hat und wie oft auch das ABS eingreifen musste, um einfach auch mal eine vernünftige Bremsung einfach hinzulegen. Ich denke, eine ganz, ganz entspannte Geschichte. Eigentlich sind es nur oftmals Pflegepunkte. Vier Punkte sind drin, davon für mich das Highlight ist einfach das Purion-Anpassungsgeschichte und der Rest haben wir jetzt halt und alles ist gut. Jetzt heißt es halt erst mal am Bike das Update durchführen, dass wir halt auch alles machen können. Das OTA-Update ist relativ entspannt gelaufen. Das waren jetzt ein paar Minuten, dann war das auch soweit alles schick und dann hat es auch für mich soweit richtig cool funktioniert. Wenn alles update-mäßig durchgelaufen ist, dann heißt es ab rüber zum Bike und dann schauen wir uns die Funktion jetzt auch noch ein bisschen im Detail an, was wir jetzt da wie, wo und wann einstellen können und was neu dazukam. Gerade diese beiden Dingen mit dem Range-Mode und Navigation als auch die Kachel-Anpassung an unserem Purion-Display. Let's go ab rüber. Am Bike angekommen. Schauen wir uns doch mal an. Hier mein Display, Purion 200 Display, habe ich jetzt auch noch in der Grundkonfiguration so drin, wie ich es auch als Box damals übernommen habe. Ich habe es noch keine Kachel angepasst, außer einem. Ich habe mir hier oben das Thema Uhr und Display und Akkustand umgetauscht. Kann man hier am Display einfach ändern, indem man hier auf das Menü geht, auf die Einstellungen und dann kann man gucken bei My Purion und dann kann man gucken, Statusleiste, will ich die Uhrzeit haben oder möchte ich die Geschwindigkeit haben. Für mich ist da oben die Uhrzeit ganz schick, habe ich auch so am Kiox-Display, dass ich halt meine Uhrzeit noch anzeigen lassen kann in diesen Kacheln, was ich jetzt hier auch vernünftigerweise kann. Deswegen, das kann man hier umschalten, da hat sich daran nichts verändert. So und dann gehen wir mal rein in unsere App mit dem aktuellen Update und alles ist schick. Wir haben aktuell hier auf dem Fahrrad ein Akkustand drauf von 82 Prozent. Das ist gleich wichtig, wenn wir uns anschauen wollen, diese Range Mode, wo ihr berechnen kann, was noch an Restleistung möglich ist. Hier ist auch ein Akku drin, der 625er, der kleinere Akku, dass wir auch mal eine Einordnung haben, zum sehen, was wirklich dann an Leistung reicht. Also neu kam dazu, ganz simpel, wir gehen mal auf unsere Fahrten. Dann haben wir unsere Navigation, die kennen wir ja schon alle. Da hat sich nicht viel verändert, dann gehen wir hier oben auf unsere Eingabe mit das Fahren nach Freudenstadt. Das ist quasi der nächstgrößte Ort hier mit 14 Kilometer. Das ist so eine Alltagstour. Warum kann man das nicht berechnen? Dann geben wir es halt nochmal ein. So, da haben wir sie. Dann wird unsere Tour auch berechnet, je nachdem, was ich auch für ein Fahrprofil hinterlegt habe hier, ob ihr Mountainbike, ihr Daily oder ihr Straßenfahren. Das kennen wir aber auch schon alle von den von den letzten Updates. Alles so weit schick. Dann kann ich es hier durchschalten mal mit meinem Fahrmodi. Sieht mich hier recht schön, wie es auch hier ist, wie viel Akku ich noch am Ziel übrig habe, wenn ich diesen Modus fahre. Wir haben aktuell drin 82 Prozent, haben eine Strecke von 14 Kilometern oder sogar 17,1 Kilometer Rechner mittlerweile aus. Okay, ist fast viel zu viel, aber egal. Und dann können wir jetzt hier durchschalten. Wir sehen genau, wenn wir in den Turbo gehen würden und reinkommen mit einem Restakku von 39 Prozent. Wen wundert es? Ich fahre es im Regelfall immer im EMTB-Modus. Und hier sehen wir uns auch schon recht schön, die beiden EMTB-Modi, die es gibt. Einmal den kurzen Kurbel, lange Kurbel. Wird hier auch endlich mal wieder ausgewiesen mit dem Namen. Also kann man auch schon ein bisschen einstufen beim Auswählen der Modi, dass man endlich mal den richtigen Namen wieder sieht. Ob es noch rausgenommen wird? Ich habe da meine Gedanken dazu, dass es passieren könnte. Hier unten haben wir dann einmal uns Range Control, unsere Funktion, die ja wirklich aktuell der Game Changer sein soll im aktuellen Update. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich brauche irgendwie am Ziel, wo ich ankomme, eine gewisse Akkuleistung. Ja, warum auch nicht? Weil ich noch eine weitere Strecke fahren möchte. Auch soweit schick. Dann gehe ich auf den Schalter, schalte den Schalter ein und dann sagt er ja aktuell, ich würde jetzt mit dem Fahrmodi im EMTB-Modus ankommen mit 49%. Wenn ich jetzt aber sage, oh, ich muss ankommen mit 60%, weil ich noch heimfahren muss, dann kann ich hier auf die Zahl klicken. Dann gehe ich hier auf meinen Slider und dann kann ich einstellen, je nachdem, was ich hier jetzt für eine Rest-Akkuleistung haben möchte am Ziel. Ich sehe auch hier recht schön, wenn ich mit 58% ankommen möchte, regelt er meine Fahrmodi ab. Ich muss dann auch quasi mehr Bio-Power in mein Rad investieren. Genauso, wenn ich jetzt rüberslide, auf 38% ankommen oder ankommen möchte auf weniger, wird er an der Einstellungsänderung und er wird einfach den EMTB-Modus einfach auch erhalten. Gehe ich aber jetzt hier hoch auf die 58%, dann regelt er halt ab und wird auch mit gewissen Passagen halt im Tour- oder halt im Eco-Modus Ausführung, damit man halt auch mit dem Akkustand noch sicher am Ziel ankommt. Wie gesagt, geht ja aber nur, wenn das System auch gewisse Grunddaten von euch schon weiß. Das heißt, fahrt bitte mit der Flow-App auch im Vorfeld mehrere hundert Kilometer, damit ihr auch einen vernünftigen Datenstamm habt, dass diese Berechnung überhaupt funktionieren kann und dann kann man sich auch sowas drauf verlassen. Aber wir haben schon einmal probiert die Geschichte, die ist relativ safe, die funktioniert. Ob ich die jetzt wirklich brauchen will und muss, das muss man sich um sich jeder für sich entscheiden oder ob die Navigation doch lieber bei Commode liegen mag. Aber alles schick, es hat funktioniert und Thema auch soweit cool. Jetzt sage ich hier einfach ankommen mit 58%, gehe auf Speichern und dann kann ich hier unten sagen einfach los und da wird quasi auch meine Fahrstufe und meine Navigation, noch eine Warnmeldung, klar, kennen wir, dahingehend berechnet, so wie man es halt auch vom Auto kennt und mit dem restlichen Energiebedarf, was ich haben möchte, wie ich ankommen möchte, auch dementsprechend alles dabei ist. Passt für mich schon mal soweit ganz cool. Dann gehen wir hier mal raus und beenden die Navigation. Probiert es einfach mal aus, kann ja kein Schaden sein, da einfach ein bisschen mal auch die Erfahrungen mitzusammeln. Jetzt gehen wir mal auf die Einstellungen, dann gehen wir mal auf mein Bike und dann gehen wir hier mal auf, fangen wir damit an, individuelle Fahrmodi und da kann man jetzt noch die Liste anpassen für diesen Eco Plus Modus, wenn er installiert wäre, was er bei mir nicht ist. Das heißt, dann könntet ihr hier jetzt quasi auswählen, welchen Eco-Modus ihr haben wollt. Eco Plus wiederum, wie vorher gesagt schon, müsst ihr euch bei eurem Händler eures Vertrauens quasi einmalig mit dem Diagnoserechner auf eurem Fahrrad installieren lassen, wenn es nicht schon passiert ist. Deswegen haben die meisten gerade Probleme, den überhaupt zu sehen. Dann gehen wir einmal zurück und nochmal zurück und dann haben wir hier unsere neue Funktion Display konfigurieren. Habt ihr jetzt mehrere Displays drauf, einmal ein Kiox und ein Pugel-Display, dann könnt ihr ja quasi beide hier jetzt auch für euer Fahrrad oder eure Anzeigen konfigurieren. Ich habe jetzt hier meine zehn Anzeigen, die ich jetzt out of the box quasi auf meinem Bike drauf liegen habe. So habe ich das Fahrrad übernommen und so war es ja bis vor dem Update auch so hinterlegt fix. Da war ja nichts zu ändern. Für mich ist aber auch wichtig Thema, was kann ich jetzt hinzufügen, wie kann ich es einstellen? Seiten löschen, kennen wir alle. Wir gehen jetzt hier oben auf die Punkte und sagen Seite entfernen und dann sagen wir jetzt hier einfach auch entfernen und die Seite ist raus, wird aufs Fahrrad übertragen und es wird immer weniger Seiten angezeigt. Ich kann dann irgendwie auch meine Ordnung dementsprechend herstellen, was ich da an Daten haben möchte. Ich nehme jetzt mal alle raus bis auf die wesentlichen. So, jetzt haben wir alle raus, bis auf eine auf die aktuelle Geschwindigkeit, die kann ich nachher erst rauslöschen, wenn ich nämlich eine neue Seite mit Kilometer angelegt habe. Dann gehen wir mal zum Anlegen hier auf Seite bearbeiten. Was ich jetzt super gerne möchte, ist einfach eine Seite anlegen mit einer geteilten Ansicht, also linker und rechter Anteil, damit ich die Grunddaten einfach drauf habe, Akku, Akkuladung, Geschwindigkeit und meine Uhrzeit. Die Uhrzeit habe ich ja schon oben im Eck liegen. Das heißt, dazu muss ich jetzt keine großartigen Einstellungen machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einfach die Uhrzeit umlegen, kann man das tun, wenn man Bock drauf hat, lasse ich jetzt so liegen. Das heißt, lege ich mir auf die Seite hier rüben aktuell mal meine Geschwindigkeit, die ich jetzt fahre, also Tacho quasi. Und dann lege ich mir jetzt auf die andere Seite rüber noch meine aktuelle Akkuladung und sage jetzt mal Display speichern. Und dann gehen wir auch schon mal eines rüber. Und dann sehen wir hier recht schön, ich habe jetzt hier einmal meine aktuelle Tacho und ich habe jetzt hier einmal meine Akkuladung. Leider ist diese Akkuladung jetzt hier ein bisschen doof, dass die jetzt nur mit solchen Wellen angezeigt wird oder mit diesen Akkuständen, mit diesem Symbol. Da wäre mir eine Zahl deutlich lieber gewesen. Aber vielleicht kann man es ja noch anpassen, soll ja jetzt mal kein Problem sein. Passt soweit. Was ich noch machen möchte, ist einmal dieses Startdisplay hier rauslöschen, also quasi mit dem Tacho. Gucken wir mal nach, jetzt können wir es löschen können. Jetzt haben wir es ausgewählt, gehen hier oben auf die Punkte und da können wir es auch auf die Seite entfernen. Klar, weil jetzt haben wir ja ein zweites Tacho hier angelegt, da können wir auch den entfernen. Ihr müsst immer eine Tacho oder eine Geschwindigkeitsanzeige auch im Display drin lassen, sonst wird er nicht löschbar sein. Soweit aufgeräumt. Eine Seite möchte ich mir noch anlegen, das sind die aktuellen Gesamtkilometer vom Fahrrad. Um einfach mal die im Blick zu behalten, wie es meinem Fahrrad aktuell geht, mache ich auch eine geteilte Ansicht, um noch später was hinzuzufügen mit die Gesamtstrecke und haue die noch rein. Dann muss ich noch eine zweite Sache mit reinnehmen, dann kann ich ja immer noch vielleicht die Watt einfach mit reinnehmen. So, haben wir drin. Auf Display speichern. Alles ist soweit schick. Dann gehen wir zurück. Dann schauen wir mal nach, ob alles drauf ist. Wir haben jetzt unser Startdisplay. Dann haben wir hier unsere aktuelle Tacho-Anzeige, die aktuell gefahrene Geschwindigkeit. Einmal den Bike-Akku-Stand. Da wäre eine Zahl schön gewesen. Kann man ja aber noch tauschen mit der Uhrzeit, das ist kein Problem mehr. Oben meine Uhrzeit, die sich immer durchschleift. Und dann habe ich jetzt hier noch meine aktuelle Gefahrenleistung um den Fahrrad. Ja, das ist relativ neu. Und hier noch meine Watt-Anzeige, was ich zugebe oder was das Bike zugibt. Ganz spannend. Und das kann man hier jetzt einfach durchschalten. Und vor allem die Übersicht für sich selbst einfach auch dahingehend gestalten. Also diese beiden Funktionen, mal gar nicht so schlecht als dieser Arrange-Mode, wenn man braucht. Vielleicht mal gar nicht so dumm. Kann man ja austesten mal für sich jeder selber. Aber dieses Anpassen vom Display, für mich wirklich Game-Changer, muss ich sagen. Dass man endlich auch so ein kleines Display für sich ganz klein bisschen konfigurieren kann. Soweit diese kleine Folge. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da. Passt auch keine spannenden weiteren Folgen hier auf dem Channel. Und bis dann, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017